Hm, ähm, nein, das ist der eine, jetzt lassen wir noch mal gucken. Also der ist es gar nicht. Es muss der sein, aber der ist doch schon. Das ist der andere. Ach Gott, ja, okay, die Idee war gut, das ist mir egal, hau ab. So, wo war jetzt dieser, da war der Raum, gut. Alter, sch- Oh oh. Äh, ja. Alles klar. Okay. Ja, 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 schickes Rachel-Spiel, Kontrollpunkt erreicht ist super. Müssen wir die Scheiße nicht noch mal machen. Ja, 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 ja. Es ist schon ein bisschen überangenehm. Hallo. 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 Alles klar. Richtig. Ah, ja. Was, 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 was? Ja, 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 ja. Ich kann nichts machen. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Du bist gestorben? Dann bin ich doch sauer. Glaube ich nicht. Das ist gescriptet. Mhm. Ja, das paar Mal sterben, das passiert halt eben. Eigentlich führt einen das Spiel schon... Oh, nee. Ah, ja. Dann beruhig dich erst mal. Ich würde sagen, ich trinke erst mal Chlorbleiche. Nein. Guck mal hier. Ich sehe das Licht hinter der Büchkasse. Ja, ja. Ah, ja. Ach so, nee. Ja, ist gut. In der Waschküche. Wo ist die Waschküche? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also das zweite ist Zoo. Hallo? Ja, ja, da ist es doch, oder? Kalium 19, ne warte mal, Kalium ist, nee, nee, Kalium ist K, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, Kalium, Ca, 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 oh nee, Ka, Helm ist 2. Bin ich doof? Ich geh mal ein bisschen genau davor. Potassium, ja genau, Kalium. Äh, Kalium ist klar. Kalium. 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 Ja, ja, Carbon. Ah ja, C, B, E. C ist doch Kohlenstoff. C, B, E, B, E, B. C, B, E, B. Also. 6, 4, 2, 4. 6, 4, 2, 4. 6, 4, 2, 4. 6, 4, 2, 4, 2, 4. Ja. Ja. Aber es stand doch was anderes, oder? Wow. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich denke schon. Hallo. Hä? Ja. Schau. Ja. Schau. Ja. Ja. Schau. So. Dann lesen wir mal noch ein bisschen, oder? Haben wir hier noch was? Komm, fangen wir mal hier an. Ein Bild. Ein Bild sagt mehr als, ja? Mhm. Ein Paar Orbs. Weird. Auch aus dieser Fotos fühlt es, als ob sie mich sehen. Ich nehme mal mit. So. Dann. Objekt anbringen. Achso. Warte. 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 Ne. So. Was soll man denn hier? Ja. Lesen. Ihre flüssigen Träume schmieren den Weg, wie man es auch nennt. Nergals Fäule, die verstehende Plage, Nullpunkt Pathogen, Schwarz vom Wichse, Schmutz. Die zwischen himmlische Syphilis frisst Löcher in die Realität. Man kann diese gereichende Zone betreten. Wenn man sie verlassen muss, muss man den Rest in der Haut des Raumes finden. Das sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Ja. 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 Es ist ganz klar. Das ist der Dialekt der großen Alten, wie er im Norden gesprochen wird. So. Okay. Okay. Die Träume wahren sind und werden sein. Sie sind Eltern, Brut und Krippe. Sie schlafen im Zwischenraum. Die Träume blubbern und fluchen. Gebären sind in Dimensionen, die sich paaren. Neue, inzestiöse Welten bilden nicht-realitätliche Illusionen. Hyperrealität, die wichtigste Beschwörung erlaubt. Sie reisen in die Taschendimensionen. Man kann aber auch zu viel hineinschützen und das Wissen um die Träume durch. Du bist bloß näher. Alles klar. Yeah, yeah. Cthulhuftagen. So. Da müssen wir irgendwas hin machen, aber wir wissen nicht so richtig was. Was ist das? Müssen wir auf jetzt? Wieso kommt das immer zweimal? Hm? Und wo sind die anderen Dinge, die ich mitnehmen und dort anbringen kann? Und wie nah kann ich da? Was ist das? Das ist Terris. Da bin ich reingekommen. Es riecht auch immer noch ein bisschen. Doch, doch. Dann ist doch weg. Was ist das da? Ah, Darko. Achso, ja. Okay, lass mich raten. Das ist ein bisschen... Wie war es denn echt jetzt? Ja, es ist offen. So, jetzt darunter bin ich sofort tot. Aber was kann ich denn hier machen? Ach, es ist offen. Ah, das ist das zweite. Aufheben. Ah, ja. Das ist das Ding in der Greenhouse. Ja. Das gucken wir uns gleich mal an. Wir brauchen vier Stücke. Und da steckt was. Ja. Ja, dann... Ah, guck mal hier. Wieso habe ich das Ding? Ich habe einen Schauk-Moment einfach mal. So, ja. Ich meine, das ist jetzt relativ einfach, würde ich sagen. So. Ähm. Ja, dann geht die wieder zu. Ah, und noch eins. Das war's. Ich weiß nicht, was ich hier hier schaue. Das ist das, was in der im Eingang kommt. So, jetzt ist die Frage. Was ist da? Es sind fünf. Es sind fünf. Es ist vielleicht hier noch irgendwas. Die zwei habe ich schon. Das Ding hier klebt fest. Eins brauche ich noch. Neun. Ich glaube, dass ich so mit halbem Auge und so ganz unbewusst das Let's Play von Gronk gesehen habe. Aber nur deswegen unbewusst, weil ich eigentlich wusste, ich werde's spielen. Ähm, ja. Bin ich, glaube ich, hier an dem Ding. Der kann mich an das Ding, was da so festgetackert war, nicht ran. So, da ist hier noch was. Gehen wir nochmal da raus. Okay, wo ist das? Vierter. So, jetzt ist hier. Ja, gut, okay. Hier müssen wir gar nicht mal so sehr suchen, oder? Wir wissen jetzt nämlich genau, was wir suchen. Okay, das hilft uns ganz wenig. Da war noch eins. Das haben wir. Waren wir hier schon? Das kommt mir unbekannt vor. Das ist Engineering Dimensions von Frau Dr. Newhart. Ja, das ist, sieht aus wie ein Laubbläser. Oh, guck mal, was ist das? Das scheint auch dieses Schmutzzeug zu sein. Was ist denn da oben? Schon klar, ich verstehe. Sollen wir nicht hin. Was ist von ihrem eigenen Buch? Hallo? Nochmal hier durch. Was war das für eine Tür? Was ist das? Das ist das. Da waren wir auch schon überall. Sind wir denn hier schon durch? Das ist das, wo wir nicht hochkommen. Ja. Da waren wir auch. Okay. So. Können wir speichern? Okay. Das ist halt nicht. Gut. Jetzt verstehe ich. Jetzt muss man auch wirklich alles finden. Und hier? Perfekt. Nicht auf. Warum tust du das? Lesen. Zeit ist nicht linear, oder doch? Nein, das ist ein wibbly, wobbly, timey, whiny Klumpen von Zeit. Vielleicht ist Zeit ja eine von riesigen Fingern angestupste Petrischale. Und wir sind die Bakterien. Sind wir das? Oh. Question Tech heißt also. Kajit. Zeit ist nicht linear, oder doch? Vielleicht ist Zeit ja eine von riesigen Fingern angestupste Petrischale. Und wir sind die Bakterien. Ja. Ich sehe weitere Dinge außerhalb meiner Zeit. Das erschwert das Familienleben. Ich habe mich hier unten eingesperrt mit Fotopapier und Chemikalien. Kann ich meine Vision sichtbar machen? Ich kann sie produzieren. Ich sehe ein Raumschiff mit Kurs auf den roten Planeten. Das ist krass. Und das ist das Raumschiff. Ja. Ja. So, gut. Haben wir alles. Da ist jetzt auch, ne? Zwar nass, aber nicht mehr gefährlich. Jetzt müssen wir nur noch in den Raum. Den finden wir gleich wieder. Hier durch. Und dann direkt hier rechts. Wow. Und dann? So. Hallo. Fangen wir doch mal an. Eins. Ist das da, oder? Äh. Ich will es nicht da anbringen. Achso. Ich verstehe es. Warte, warte, warte. Oder egal. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht.